Vor der Winterpause wird noch mal gefeiert, aber mit Öko-Konfetti aus dem Blumenwachsen? Du gehst zum Nachbarn Silvester, haust dir mal drei Tüten auf den Rasen, rufst dir einen Monat später an, kannst du zum Unkrautsupfen kommen? Watford-Konfetti kann auch eine Form von Protest sein. Ich gehe ganz selten zum Nachbarn, um meinen Protest zum Ausdruck zu bringen. Die Höhle der Löwen, das Staffelfinale, Montag, 20.15 Uhr bei Vox. Untertitelung des ZDF, 2020